Tut so, als würden wir arbeiten. Ja, ich hab jetzt auch... Ich hab jetzt auch... Okay, ich denke, wir schocken Pfizer. So können wir uns... 430.000 Dollar in einem Monat, Jordi? Ha? Das sind Spesen, okay? Jordi, sieh dir das an! Was? Siehst du? 26.000 Dollar für ein Abendessen! Nein, das kann ich aber erklären, Paps. Da hatten wir Kunden, die Pfizer-Kunden. Genau, das Porterhouse-Steak aus Argentinien. Aber Champagner, der war... Wir mussten Champagner bestellen. Wo hast du die scheiß Beilagen bestellt? Erzähl ihm von den Beilagen. Ich hatte Beilagen bestellt. Beilagen? Beilagen? 26.000 Dollar für Beilagen? Was für Beilagen? Können die Krebs heilen? Ja, die Beilagen können Krebs heilen. Das war das Problem. Sie waren... Deshalb waren sie ja so teuer. Halt deinen Maul! Ich mein das ernsthaft! Hör auf! Hör auf! Verdammt!